Ich habe eine Botschaft, eine Nachricht für dich. Ich würde sie dir gerne erzählen. Wie immer bei Lebe jetzt auf YouTube. Einen Link findet ihr in der Beschreibung. Ja, eine Insel, die man zu verschenken hätte, an den Liebsten könnte eventuell so aussehen. Das ist eine Insel aus den Malediven, die ja laut Prognosen schon vor 20 oder 25 Jahren hätten im Meer versinken sollen. Wir sind froh und glücklich, dass dies nicht passiert ist und wir drücken die Daumen und wir glauben ganz fest daran, dass es in naher Zukunft auch nicht passieren wird. Ja, es ist angerichtet. Wir wissen es noch ganz genau vor einem halben Jahr oder Dreivierteljahr. Da war das Thema in aller Munde Insekten und ihre Bestandteile in unseren Nahrungsmitteln. Man wollte es uns schmackhaft machen. In fast allen Supermärkten standen an exponierter Stelle in einer exponierten Lage die Aufsteller und die Regale mit diversen Produkten. Nun, irgendwie scheint das alles verpufft zu sein. Möglicherweise haben die Menschen da nicht so zugegriffen. Wir jedenfalls und uns kommt es so vor, als wenn die Insekten als Nahrungsmittel im Augenblick ja wieder so gut wie verschwunden sind. Mit Verlaub, uns gefällt das ganz gut. Wir haben das nicht probiert. Nun zu einem recht traurigen Thema. Eine norwegische Biathletin ist im Ziel zusammengebrochen. Sie erlitt einen Schwächeanfall und konnte sich gerade noch mit letzter Kraft ins Ziel retten. Ja, aus den Medien haben wir erfahren, dass diese Biathletin im letzten Jahr schon einmal Herzprobleme hatte. Ja, Leistungssport ist eine gefährliche Sache, glauben wir. Nicht nur in der heutigen Zeit, aber vielleicht auch gerade in der heutigen Zeit. Körperlich weniger anstrengend ist das Amt eines Politikers und speziell das Amt eines Bundespräsidenten. Man hat nicht allzu viel zu tun. Man muss oftmals nur so dastehen und repräsentieren und man muss das eine oder andere Gesetz unterschreiben. Nun gut, die Gegenkandidaten waren ja recht mager. Unter anderem Max Otte, Dr. Max Otte, der von der AfD ins Rennen geworfen wurde. Und die SZ, die Süddeutsche Zeitung schreibt, das ist ein mageres Ergebnis gewesen für Herrn Otte. Ja, das finden wir auch. Die AfD verfügte über 151 Stimmen und Herr Otte hat nur 140 Stimmen bekommen. Das finden wir schon enttäuschend. Aber dieses magere Ergebnis, dass die Süddeutsche Zeitung hier anprangert, das hatten auch andere. Unter anderem, glauben wir auch, ist die Stimmenanzahl, die auf den amtierenden Bundespräsidenten, der nun weiter im Amt ist, auch recht mager ausgefallen. Kommen wir nun zum Publikumsjoker. Leute, ihr seid gefragt, was trägt der alte und neue Bundespräsident da an seinem Revers? Nun gut, eine Deutschlandfahne, Flagge haben wir nicht erwartet. Das ist in Deutschland vielleicht auch nicht so populär und nicht so gang und gäbe. Ist es ein Edelweiß? Wir können es nicht ganz genau erkennen. Wenn jemand weiß, was der Bundespräsident da trägt und was das für eine Sympolkraft oder eine Aussage haben soll, dann könnt ihr uns das gerne in den Kommentaren schreiben. Bitte seid fleißig dabei, uns interessiert das sehr. Die Medien im Allgemeinen und hier insbesondere der Tagesspiegel, die haben ganz andere Fragen. Was treibt Putin um? Was hat er für Machtgelüste? Und was will er außer der Ukraine sich noch aneignen, einverleiben, überrennen, überfallen oder wie auch immer? Uns fällt dazu nicht viel sonders ein, in besonders Richtung Westen. Belarus ist ohnehin eher politisch an der Seite Russlands und dann bleibt weiter nichts als die NATO. Und wir können uns kaum vorstellen, dass Putin die NATO angreifen will. Also lieber Tagesspiegel, wir halten diese Fragestellung für eher verfehlt, übertrieben, wie auch immer, hypothetisch. Und aus diesem Grunde haben wir auch nicht weitergelesen und interessiert es auch nicht, wie ihr das seht und was ihr da für Argumente habt. Ja, und dieses Foto soll vielleicht suggerieren, dass Krieg eine gemütliche Sache ist. Wir haben keinen Krieg erlebt bis jetzt und wir wollen das auch nicht und wir glauben auch nicht, dass es gemütlich werden würde. Und noch einmal, wir haben es gestern schon erwähnt, falls uns jemand fragen sollte, die Antwort ist nein, wir wollen keinen Krieg. Wir wollen unsere Ruhe, wir wollen in Gelassenheit leben, wir wollen die schönen Dinge des Lebens erleben. Leute, in diesem Sinne, macht euch stark dafür, geht auf die Straße, nicht nur für ein Thema, geht für viele Themen auf die Straße, geht spazieren, geht demonstrieren, zeigt Gesicht. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Montag, ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt ruhig und gelassen. Angst muss nur der haben, der sich Angst machen lässt. Es bröckelt und bröselt. Tschüss und ciao. Tschüss.